Noch tiefer in den Abgrund, stimmt darüber, die kleine Knarre. Mit der sehe ich mehr. Oh Gott, was ist das denn für Deko? Kanister hier. Flaschen. Oh, ne Wirbelsäule. Oh. Oh Mann. Wow. Sie beide sollten langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Haha, öffnen Sie es. Jetzt geht es. Schuhe! Schuhe! Navarro. Adios, Hefe. So wenig Fantasie. Spachyndlerin! Spachyndlerin! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cagüe la Statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levante los! Levante los! Oh nein! Was zum Teufel ist das? Verdammt! Was sind das für Wicher? Das sind die Spaniers, Halle. Sie waren nie weg. Ja! Gott! Wenn es die Insel verlässt! Du musst ihn stoppen. Ich geb dir Deckung. Oh, super. Jetzt trifft die Hektik auf, oder was? Shotgun. Oh, toll. Ja, ja. Los, los. Oh! Weg hier! Oh Gott, komm schon. Nein, 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 nein. Oh. Das läuft ja wieder super, ey. Okay. Ich folge meinem gewohnten, äh, Muster und sterbe erst mal. Äh, kranker Wahnsinn. Also hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, okay. Treppe, Treppe. Aufpassen. Na, wo sind sie denn? Da kommt einer. Weg mit dir. Und jetzt? Da, hallo. Ja, ja. Ganz ruhig, ganz langsam. Auch wenn eine Hektik vermittelt wird, ganz ruhig bleiben. Hallo! Und noch einer. Schön unten bleiben. Oh! No! Boah, das war aber arschknapp, ey. Verflucht. Ja, ja, was soll ich machen? Lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Ich will mich hier umschauen. Oh Gott, ich höre euch doch kommen. Kleiner Gollum. Komm her! Du kleiner Gollum, du. Was soll ich jetzt, wo soll ich jetzt hin? Verkackt, oder? Ja. Verkackt. Also nochmal. Dann eben, ach so, jetzt sehe ich, okay, ich soll, soll ich mich dranhängen, oder was? Ich verstehe es nicht ganz. Okay, okay, ich laufe einfach durch. Oh, nein! Oh, 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 oh. Wie, wie, wohin? Ich muss irgendwo hoch. Irgendwo muss ich hochklettern. Ich sehe nur nicht, wo. Komm schon. Stell einfach irgendwo hoch. Drake! Oh, ich habe keinen Plan, wo ich hoch soll. Das ist so lächerlich. Ach, da geht die Treppe hoch, natürlich. Dumm, 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 dumm. Oh, Mann. Da geht die Treppe hoch, aber es wird zu spät sein. Es wird zu spät sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Es geht hier ab. Geh weg! Hau ab! Lass mich in Ruhe. Da drüben. Yo! Ich hau euch alle um. Das schaffe ich nicht, oder? Schaffe ich es? Oh, doch, ich schaffe es. Und heppa! Jawohl. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! 22, Showdown. Alles klar. Ho, 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 ho. Ja, ja. Ganz ruhig bleiben. Sollen wir mal sehen, wer hier tot ist. Boah, ich hab nur einen Shotgun. Wie geil ist das denn? Ey, Wahnsinn. Bist du verrückt? Und rüber hier. Oh, oh, oh. Sieht doch heftig schlecht aussehen. Yo! Du bist mal weggepustet, hä? Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. No! Oh, scheiße. Scheiße. Kurz aus der Deckung raussehen, dann schon im Arsch. Okay, schnell hin. Der ist weg. Oh, jawohl. Ach, komm schon, der hab ich mir voll erwischt. Volle Latte, hey. Was hat denn der für eine Monsterwaffe hier? Okay, der ist weg. Oh, ach komm. Scheiße, einen Schuss, Mann, dann hat er mich. Der ist weg. Komm schon, ihr seid weg. Hey, der lebt immer noch in Vollladung Shotgun gekriegt. Keine Granaten, nichts, Mensch. Granaten wären jetzt sowas von nützlich. Oh, fuck, mein... Oh, die Deckung ist weg. Hilfe. Okay, aber die Deckung bleibt. Oh, Alter, das gibt's nicht. Wie ich hier feile ohne Ende. Das ist ja zum Kotzen. Hier werde ich ja aggressiv holen. Und ich treffe die Gegner und nichts passiert. Oh, Mann. Zuerst mal muss ich den jetzt bad machen. Ich krieg dich. Komm, ey. Nein, nein, nein. Alter, alter, alter. Das gibt's nicht. Nein. So ein paar Granätchen wären echt nett. Nein. Komm schon, heil halt, heil. Oh, Mann. Drake, gib dir mal ein bisschen Mühe. Hä? Wo sind die hin? Ist er weg? Der ist weg. Okay. Da will ich nichts sagen. Das finde ich gut. Oh, Maschinengewehr. Sofort. Okay. Mit dem Maschinengewehr bin ich schon einigermaßen sicherer. Jetzt schiffst es ja auch noch in Ström hier. Und nach vorne. Ach so, das ist der Helikopter. In der Lane liegt schon wieder verletzt. Da. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe nicht gesehen, wohin sie abgehauen sind. Okay, hier ist nichts. Aber hier kann ich auch nichts finden. Über die Kisten wohl drüber. Oh, war hier was? Ja, Munition mitnehmen. Jo, jo, jo. Jo, der ist hier nur... Ach komm, ich kann ihn gar nicht treffen. Ich kann ihn gar nicht verletzen. Oh, scheiße. Jawohl, der ist gut. Okay, schießt, der schießt. Er schießt. Komm, der muss ihn. Jawohl. Hinüber. Ach komm. Oh, fuck it. Weg. Nein, 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 nein. Okay, der ist hinüber. Nein, der ist nicht hinüber. Shit. Komm schon. Oh, Mann. Das ist ja unfassbar. No, das gibt's nicht. Da ist die Deckung weg. Da ist die Deckung weg. Toll, weg ist sie. Toll, ich bin tot. Nein. Oh, fuck it. Ey, das ist schwer. Verdammte Hölle. Das gibt's ja nicht, dass das so schwer ist. Oh, nein. Jetzt fang ich wieder von hier an. Ey, das kann... Ey, das wird echt ein langes, langes, langes Battle. Ey, Wahnsinn. Oh, Jesus Maria. Meine lieben Zuschauer, die folgenden, nachfolgenden Sendungen verschieben sich um einige Stunden. Oh, fuck it. Komm schon. Ich muss vor allem hier mit der ekligen Shotgun hier rumhantieren. Denkst du, du kannst hier weglaufen, du musst? Komm schon, nachladen, nachladen. Da ist er weg. Lauf doch. Hallo, ich treffe ihn voll. Das finde ich auch so unfair. Das finde ich echt scheiße gelöst irgendwie. Das gibt's gar nicht. Das geht gar nicht, meine ich. Dass ich dich hier voll auf ihn draufhalte und nichts passiert. Nur um das Battle hier irgendwie hinaus zu zögern. Das ist echt unschön. Oh, Mann. Und so ein Zwischen-Safe wäre auch mal ganz nett. Oh, zur Hölle. Jo. Ganz ruhig bleiben. Okay. Oh, meine Fresse. Jawohl, 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 jawohl. Ist so gut. Ist schon gut. Eliminierung im M4. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Nein. Nein. Jetzt bin ich gerade aus der Deckung gekommen. Oh, das ist echt scheiße, Mann. Boah, ist das frustig. Das gibt's ja nicht. Wie kann man sowas verkacken? Das gibt's ja echt nicht. Das stelle ich mir einfach nur blöd an. Glaube ich aber auch nicht. Komm schon. Ich kann nichts machen, außer draufhalten. Ich schieße auf den Typen. Nichts passiert. Jetzt haut er ab. Ja, ja. In Ordnung. Finde ich gar nicht, dass es in Ordnung ist. Komm schon, Munition. Ist echt mies. Ich kann aber hier mal speichern, oder? Aber weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass das was nützt. Ich glaube nicht, dass das jetzt dann speichert. Den muss ich in den ersten Part nochmal machen, glaube ich. Von diesem Battle. Ja, ja. Er heilt sich auch so langsam, verdammte Scheiße. Ich gebe mir lieber mal ein Medipack. Oh, Mann. Der ist hinüber. Der ist nicht hinüber. Das ist zum Kotzen. Wie viele die aushalten auch wieder. Nein. Oh Gott, war zu früh. Jetzt lädt er nach. Jetzt lädt er nach, verdammt. Toll. Finde ich gar nicht. Sag nicht immer, es ist alles in Ordnung, Mensch. Das ist gelogen. Jetzt kommen gleich da. Wollte raus. Okay, runter. Nachladen, nachladen, nachladen. Komm schon. Toll. Munition leer. Und jetzt? Komm schon. Kann ich da drüber? Geh doch drüber. Geh drüber. Shotgun holen. Ich muss die Shotgun holen. Ich muss die Shotgun holen. Es bleibt mir kein anderer. Aber ich kann nicht hier hinten rum. Das wäre nice. Nein, kann ich nicht. Toll.